Scheiße! Was macht ihr da unten noch? Kaffeekränzchen, ne? Ja. Könnt ihr auch noch kaputt schießen? Oh jaaa! Keine Ahnung, was mir das bringt. Ich solle vielleicht mal einen Hoovercraft bauen. Ich baue einen Hoovercraft! Ja, mit dem fetten Rumpf. Und... Was stopfe ich drauf? Mini-Raketenhalle. Pfff. 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 Ach komm, weil wir es noch nie gebaut haben. Pfff. Du baust mal sowas. Äh. Jaaa. Nein. Moment. Das sollst du doch bauen. Oh, ihr verwirrt mich, ne? Verstärkungen sind eingetroffen. Da wird aber auch Zeit hier. Pfff. 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 Voll der Fleck auf der Karte. Oh, einer kann noch drauf schießen. Einer! Jaaa. Jaaa. Besser als gar keiner. Pfff. 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 Schick mir das. Schick mir das. Schick mir das. Hm. Das wird nichts mehr glauben. Oh. Okay. Wird doch noch was. Hä? Hier sind immer mit gerechnet. 73 Einheiten und... Pfff. Voll der Fleck. Oh komm, wie wiegt euch? Aaaaah. Hä? Was für Produktion denn, hä? Äh? 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 Keine Ahnung. Wahrscheinlich hab ich dir irgendeine Einheit verloren. Pfff. Pfff. Kommt ihr heute noch mal an, Leute? Guter Zeitpunkt noch mal zu speichern. Ich weiß schon wieder nimmer wo ich zuletzt gespeichert hab. Bewegung, Bewegung, Bewegung! Oh, schaltet halt mal einen zweiten Gang. Das ist der Gang. Gleich neben dem ersten. Oder hinter dem ersten oder vor dem ersten. Keine Ahnung, was ihr für Schaltung habt. Wenn ihr Engländer habt, seid ihr eh falsch. 83! So, jetzt machen wir alles platt, was kommt. Scheiß drauf. Keine Rücksicht auf Verluste. Los, los, los. Alles platt machen. Voll der Mob. Hehehehe. Oh Gott, ich würde die elftere Einheit unterwegs verlieren. Das seh ich jetzt schon kaum. Oh, da unten steht da noch einer. Wie unfair ist das denn bitte? Oh, wie viel haben die da hingepropft? Und wo ist die Seite? Oh, jetzt kommen sie von da an auch. Oh, und Panzer überall. Und, oh ja, baut doch noch mehr Einheiten. Oh, erst mal diese Scheißrecken. Oh, und die treffen halt wieder mal überhaupt mit ihren Scheißdreckskanonen. Ich hab keine Verstärkungen mehr, die sie mir schicken könnten. Lade schon mal ein. Gleich kommt noch mehr. Und apropos, das heißt, der ist jetzt wieder frei und kann einen Lancer bauen. Fünf Stück. Ich hasse diese Map. Ach, du kann... Man kann einfach seine Einheiten hier nicht vernünftig positionieren. Es geht einfach nicht. Die Gänge, das ist... Oh, schlimm! Das ist... Fick dich ins Knie, du Arsch. Ach, meinetwegen. Deine Mutter. Komm, lass das Ding mal weg. Na komm, lass das halt weg. Oh, ist das jetzt so schwer. Oh nein, sag ich's nicht, das geht ja noch. Oh nein, noch nicht auf der Anhöhe. Ihr seid solche Wichser. Ich hasse euch alle. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie sehr ich euch hasse. Das kann man sich einfach gar nicht vorstellen. Egal, für jede neue Einheit... Nein, für jede verlorene Einheit wieder sofort eine neue Geburt oder so. Solange mir keine Energie nicht ausgeht, ist alles gut. Oh Gott, ich hab's so verloren. Ohlolo. Boah. Ja, noch mehr Türme und Aufhängungen und... Fickt euch. ... ... Oh, das kann so aus so scheiß engen Plattformen. Geh ich überhaupt nicht. Und ich weiß nicht mal, wo ich hin muss... Ja, da ist das nächste Problem. Ich hab durch den blassesten Schimmer... Feindliche Basis entdeckt. Oh, noch mehr, ja. Und ein Forschungs... Oh, sag hallo. Oh, 65 Einheiten. Ich habe schon bald 20 Einheiten verloren bei dem Angriff. Oh, geile Kacke. Feindliche Landezone entdeckt. Oh, wo? Do. Do. Oh, fickt euch doch. Oh, ich muss erst mal durch die Basis hier walzen. Nee. Und Mercer schießt mich aus dem Hinterland. Oh, fickt. Okay, da fahren wir mal nicht noch nicht lang. Wir fahren erst mal da lang und machen da alles platt. Und zwar alles, alles. Einfach nur... Ich baue noch Einheiten, oder? Ja, ich baue noch gut nach. Und dann das da. Komm, macht einfach alles platt in der Kack-Basis. Boah, ist die groß. Boah, was kommt noch alles? Boah, ich verliere gerade so viele Einheiten. So. Energie erst mal weg, wenn es irgend... Oh ja, die haben auch voll ausgebaute Fabriken schon. Nein. Der stört diesen Turm. Schießt die mit Mas... Das sind Maschinengewehre. Wollen die mich verarschen? Hoho, du kommst mit einer riesigen AWE. Und wir vernichten dich mit unseren Maschinengewehr-Türmen. Ha, ha, ha. Und du scheiße, steht da... Verdammt, ihr solltet ihr die Einheiten angreifen. Oh, scheiße, steht da viele. Mach die fuck, Fabrikenblatt. Fabrikenblatt, Fabrikenblatt, Fabrikenblatt. Ich kann nichts Neues erforschen. Wie scheiße ist das denn? Oh, nur noch 49 Einheiten. Artefakt entdeckt. Ein Artefakt, ja. Artefakt wurde gefunden. Oh, fuck off. Zurückziehen. Zurückziehen. Wir fahren besser mal ein Stück zurück. Verstärkung. Wer angebracht? Mann, ich muss Verstärkung ranbringen. Aber schnellstens. Brauche ich noch mehr Einheiten, komm. Scheiß drauf. Äh, noch mehr Einheiten. Noch viel mehr mehr. Ganz toll viel mehr. Sag mal, ihr seid ja immer noch da drin. Aber eins, melden Sie. Hab ich schon mal gesagt, wie toll? Ach du Scheiße. Was, was, was hab ich denn überhaupt entdeckt? Fahrzeug MQ3, oh, komm, gib mir das, gib mir das. Boah, ich muss jetzt wieder ein wenig Verstärkung holen, sonst wird das nichts. Aber eins, melden Sie. Fast die Hälfte meiner Einheiten verloren. Naja, nicht ganz. Da fehlen noch fünf Einheiten. Vier, fünf. Fünf, ja. Boah. Komm, nee. Nee. Oh, meine Energie geht so nahe. Scheiße. Jetzt wird's schwierig. Wie schön, dass sie alles schon dampfen, ey. 47. Komm, fahr noch ein Stück näher, noch ein Stück näher, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Perfekt. Feste Weg für extra Umständliche, ne? Äh, da speichern. Glaub ich. Möglicherweise, eventuell, könnte es sein, dass man da speichert. Oh, die schießen mich mit MGs tot, oder was? Musst du mich verarschen? Die schießen mit verfickten MGs. 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 Oh, ich lieb diesen Satz. Ich lieb diesen Satz einfach. Verstärkungen sind eingetroffen. Oh, geil. Oh, so geil. So geil. Ja. Hier mich auch. Das wird so nix. Komm, fahr da mal weg, bevor ich noch mehr Einheiten verliere. Fahrt da weg! Und tschüss. Okay. Was sagt die Uhr? Uhr sagt, wir haben noch ein wenig Zeit. Ihr sollt da wegfahren! Ich sag schon gar nix mehr. Hat doch eh keinen Sinn. Ich hab gespeichert, wir fahren da jetzt mal da. Was ist das? Das ist ganz schön... Oh, komm. Oh, ja, die Hälfte da oben keilt sich wieder da oben. Nein, ja, komm! Oh, ja, soll. Drei Einheiten stehen vorne und lassen sich immer abknallen. Der Rest steht irgendwo da hinten drin. Oh, derjenige, wo die Wegfindung gemacht hat, der könnte geschlagen, könnte Tag und Nacht. Und wenn er fragt, warum, dann könnte er nochmal reingeschlagen und nochmal. Dann kann er erst aufhören damit. Oh, meint ihr? Oh, ja, bleib doch da oben stehen. Warum auch nicht? Gibt ja eh nix. Hey, hey, hey. Feindliche Basis entdeckt. Forschung abgeschlossen. Heißt ja, feindliche Basis entdeckt. Dass das eine feindliche Basis ist, weiß ich doch schon seit einer halben Ewigkeit. Bestärkungen sind eingetroffen. Dann kriege ich ein neues Video. Na, dann mal das kriege ich. Komm, jetzt machen wir da einfach alles platt. Nein, wir machen besser als bei den Lancer kaputt. Und hier steht nicht so dumm da rum, sondern ihr geht mit. Das wird es doch nix. Ich muss einzelne aufstocken. Neue Einheiten versorgen. Wie die mir nicht unterwegs ausgehen. Ich werde jetzt mal so freundlich. Destar kaputt zu schießen. Ballons zum kaputt schießen. Ich werde dich kaputt. Einfach mal. Wie war das? Verdammt. Schon lange nicht mal gesehen. Satan, die Serie. Schaut sie euch an. Gibt es irgendwo online, glaube ich. Lustige Serie, wie ich finde. Oder halt, naja, Serie. Ich finde es auf jeden Fall lustig. Verdammt. Verdammt. Was? Oh, sag ich, ne? Die Bunker sind ja auch noch zu den ihrer Basis. Was? Ich dachte, ihr habt ihn kaputt gemacht. Was macht ihr denn den ganzen Tag? Die Eier schaukeln? Ja. Du hast es erkannt, Baby. Du hast es erkannt, Baby. Du hast es erkannt, Baby.